willkommen zurück bei zocker tv und heute mit einem weiteren video meine freunde und es soll heute mal um das gewinnspiel gehen was bis jetzt auf meinem kanal gelaufen ist und was konntet ihr gewinnen ihr konntet eine level up tube und einen level up shaker eurer wahl aus dem kompletten sortiment gewinnen was sie dafür tun musste war ganz einfach ihr musstet abonnent sein so dass ich es auf jeden fall auch sehen kann dass ihr abonniert habt ihr sollte das video teilen liken und einen kommentar mit dem hashtag level up verfassen wo ihr kurz beschreibt warum mir das ganze gewinnen wollt und ich habe wirklich ein paar coole kommentare bekommen und ich würde sagen wir gucken uns auf jeden fall jetzt erstmal das video an bzw gehen ins video rein und schauen uns mal die kommentare an die wir bekommen haben und ja dann schauen wir einfach mal wer da so kommentiert hat so das ist das video um das es geht und wir werden jetzt mal gucken was die leute denn so kommentiert haben zb hier wain interessiert hashtag level up gewinnen wäre was tolles denn sauer macht lustig und wenn mit dir inner party und in den rennen immer lustig würde das saure das ganze abrunden der shaker ist dann das kleine präsent dazu auf jeden fall ein heißer text und auch den hashtag level ab richtig geschrieben es gibt viele die den hashtag falsch geschrieben haben wie unter anderem leider katzenfleisch nämlich ganz ohne es dann gibt es auch welche die haben level up mit zwei es geschrieben so wie hier janz level up mit zwei es leider auch falsch und darauf kann ich keine rücksicht nehmen leute ich kann wirklich nur einen einzigen hashtag suchen und diesen habe ich natürlich im video schon geschrieben hashtag level up ich habe es im titel geschrieben hashtag level up und ich habe noch mal ein kommentar verfasst mit vergesst den hashtag level up nicht sonst kann ich auch einen kommentar nicht auslosen achtet auf die richtige schreibweise ja leute das ganze kann ich wie gesagt nicht anders machen ich kann wirklich nur unter diesem hashtag suchen das ganze seht ihr auch gleich und ich würde sagen wir wechseln zum youtube random comment picker so das hier ist der youtube random comment picker und hier können wir jetzt einen kommentar zufällig aus einem video generieren lassen dazu wenn wir einfach mal die video url eingeben dann können wir doppelte kommentare von einem user auf einen kommentar reduzieren lassen das machen wir auch und wir werden hier noch einen speziellen text eingeben das ist ja in unserem falle hashtag level up wenn ich jetzt auf get youtube comments klicke seht ihr schon habe ich 31 kommentare im video die den richtigen hashtag level up drin haben so wenn ich jetzt auf start klicke dann wird der gewinner ermittelt ich wünsche auf jeden fall allen viel glück und let's go und der gewinner ist nun war hashtag level up würde gern gewinnen da level up einfach gut schmeckt habe es mir bereits einmal geholt aber kann es mir einfach momentan nicht leisten monatlich eine tube zu kaufen danke für deinen nicen streams sehr geil nun war ich gratuliere dir ich freue mich dass du gewonnen hast und würde sagen melde dich bei mir innerhalb der nächsten zwei drei tage per mail und melde ich jetzt auch noch mal ein und dann klären wir das per mail wie ich dir die tube und den shaker zu schicke kannst du dann auch wie gesagt eine auswahl schreiben was du denn gerne hättest ich bin auf jeden fall aus leute es hat mich gefreut dass alle mitgemacht habt und das nächste gewinnspiel kommt definitiv und hoffe dass ihr alle wieder mitmacht wir sehen uns im nächsten stream leute macht's gut bis dann und ciao